so meine lieben freunde willkommen zu einem neuen video wie schon auf discord angekündigt haben wir das anstehende wochenendevent und wir haben zwei neue fahrzeugtypen auf unserem server implementiert das geile daran diese fahrzeuge gibt es erstmal aktuell bis auf weiteres nirgends zu finden auf der karte oder bei irgendwelchen tradern zu kaufen das heißt wenn ihr diese fahrzeuge beim event als belohnung erhaltet sind sie für euch einmalig hier ist der erste fahrzeug typ pick up lada den haben wir in verschiedensten versionen in verschiedensten outfits mit verschiedensten anbauteilen dieser hier mit dem gift grünen toxic abzeichen drauf könnt ihr in dem aktuell kommenden event jetzt am wochenende für euch ergattern er schon komplett ausgerüstet mit allen anbauteilen die es gibt wie ihr diese fahrzeug typen auf unserem server ergattern könnt das erfahrt ihr wie immer bei uns im discord unter der kategorie event news also wer es noch nicht getan hat und schon auf unserem server unterwegs ist einfach unseren discord joinen alle wichtigen und relevanten infos dazu findest du hier unter diesem video in der video beschreibung ansonsten sage ich viel glück beim erhaschen dieser fahrzeug typen und wir sehen uns dann im nächsten video